Dein kurzer Anruf von gestern, dabei weißt doch gar nichts. Oh, Elf, du bist so gut, deine... deine Zollte. Ich kann verrückt werden. Oh Gott, Elf, du bist so gut, deine Zollte. Tatsche, Charlotte wird begeistert sein. Na, verpiss dich. Das ist doch nicht so glühen. Mal spinnt, ihr habt Lust. Untertitelung. BR 2018 Du glaubst gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Koko? 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 Koko, sag doch was. Christian. Hier, jetzt im Kühlen. So, Leute, alles ist in bester Ordnung. Ja, ihr könnt euch wieder hinsetzen, das sind die dicksten Freunde. Ja, vor allem dein Bruder. Pass auf, das brennt jetzt ein bisschen. Au! Oh Mann, es tut mir so leid. Das tut bestimmt höllisch weh, oder? Quatsch, das ist halb so schlimm. Warte, ich helfe hier auf. Setz dich erstmal. Deine Show ist von heute beendet, also halt einfach den Rat. Arno will uns verkuppeln? Ist doch völlig absurd. Vier Gänge, guter Wein Und eine romantische Tischdekoration? Mein Vater hat dabei nur eine Kleinigkeit vergessen. Ich bin mit Carla verheiratet. Sie ist aber eine Lahnstein. Er soll endlich meine Ehe respektieren, anstatt... Ich finde das nicht witzig. Ja, irgendwie doch. Bitte? Wieder her, so ist geschehe. Ich sage dir nur zwei Konzertkarten für Anne und mich, die du zufällig nicht brauchst. Das war doch was völlig anderes. Ihr beide seid Singles. Trotzdem organisiere ich mein Liebesleben doch lieber selbst. Besonders geschmackvoll ist das nicht von Arno. Aber lecker. Susanne, hatte er denn Erfolg damit? Natürlich nicht. Na also, dann verbuchen wir das Ganze doch einfach unter einem netten Essen unter Freunden. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Diese Aktion zeigt doch nur, dass mein Vater meine Ehe nie akzeptieren wird. Diese WG ist der reinste Kindergarten. Meine Verwandtschaft ist auch nicht besser. Hallo, Tante Charlie. Olivia, was willst du? Dich besuchen. Ich habe zu tun, also... Wie schade. Ich würde mich so gern mit dir unterhalten. Über alte Zeiten. Oh. Ich habe dir doch schon gesagt, ich lasse mich von dir nicht erpressen. Das habe ich auch gar nicht vor. Aber manche Jugend sind... Oh, Verzeihung, Frau Schneider. Könnten Sie bitte kurz mit in die Küche kommen? Die Fischlieferung. Oh, Xavi ist wieder mal nicht zufrieden. Der tobt. Ja, ich komme. Also ich denke, wir beide haben uns verstanden. Ist ja richtig lustig. Hallo, Bernd. Sherry. Die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Komm, gib das Ding her. Komm, packst du weg, gibt es noch ein bisschen auffälliger, oder was? So wenig. Du warst auch schon mal spendabler. Mehr habe ich aber nicht. Und jetzt sie tut, dass du Land gewinnst. Es tut mir leid. Das war ein Versehen. Andi hat mich provoziert und... Koko, du musst mir glauben, ich würde dich doch nie schlagen. Gut, dann merkst du das eigentlich nicht. Koko hat keinen Bock mehr auf dich. Halt dich da raus, ja? Warte mal, du schlägst Frauen und ich soll mich da raushalten. Eigentlich hast du eine verdient. Ich wollte dich nämlich treffen. Was kann ich denn dafür, wenn du keinen Spaß verstehst, Junge? Bei deinen Witzen... Hört endlich auf, ich kann es nicht mehr hören. Ihr habt für heute genug Mist gebaut. Alle beide. Hi. Hi. Ist Carla früher aus New York zurückgekommen? Nein. Dein Großvater hat für Lars und mich gekocht. Für Lars und dich. Ja. Weil er sich erhofft hat... Was weiß ich, was er sich erhofft hat? Schlimm, wenn ich dir nicht ganz folgen kann? Paul! Arno versucht, Carla und mich auseinanderzubringen und das auf eine ganz miese Tour. Ich hatte gehofft, er hätte endlich unsere Ehe akzeptiert. Als er mich zum Altar geführt hat... Ich war so glücklich und erleichtert. Ja, aber seither ist viel passiert. Ist das ein Grund, alle Lahnsteins kollektiv zu hassen? Nein, nein, natürlich nicht. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Ja, vor allem, weil wir bald zu fünft sind. Also ich freue mich auf jeden Fall auf mein Brüderchen. Brüderchen? Dann weißt du mehr als ich. Ich brauche Verstärkung. Hey, das wird toll mit meinem Bruder. Wenn Arno sich das entgehen lässt, weil er stur ist, dann ist er selbst schuld. Hallo, Olivia. Hallo, Lars. Wo warst du denn? Ich habe Tante Charlie besucht. Da hat sie sich aber bestimmt tierisch gefreut, ne? Na klar. Tante Charlie führt so ein cooles Leben. Ja, und du ein ziemlich chaotisches. Der Laden ist auch total cool. Ständig kommen irgendwelche Promis zum Essen. Und bestimmt verdienen die beiden damit einen Haufen Kohle. Die beiden? Tante Charlie und ihr Freund. Dieser Bernd. Moment mal. Du glaubst, Charlie und Bernd von Beienbach gehört das Bistro zusammen? Aber die beiden sind doch ein Paar. Ja, aber das Schneiders gehört Charlie immer noch alleine. Zum Glück. Wieso zum Glück? Bernd von Beienbach ist ein Loser. Und Krone Spalte. Habe ich es wirklich nötig, mich von dieser kleinen Kröte abreißen zu lassen? Tja. Schön, dass du Coco und mit bis hierher begleitet hast, aber wir haben bereits eine Krankenschwester und deswegen... Tschüss. Ich hätte gerne Kaffee. Prima Idee, da trinke ich einen mit. Wie siehst du denn aus? Tja, klarer Fall von Deckungsfehler. Also, ich würde ja eher sagen, unser Ex-Knast, die hat ein neues Hobby. Er schlägt gerne Frauen. An die Schnauze! Was denn? Ich finde, Bernd sollte ruhig erfahren, was für Typen hier ein- und ausgehen. Naja, das war mir schon länger klar. Und, ähm, du hast Coco wirklich? Das war ein Versehen. Keine Absicht. Einfach nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. So wie die 200 Euro aus der Clubkasse, die durch Verkettung unglücklicher Umstände in deiner Tasche gelandet sind? Ich habe das Geld nicht. Du kommst als Einziger in Frage. Genau. Weil wir beklaren uns hier nicht. Eben. Einer für alle, alle für einen. Sag sowas nicht. Wieso denn? Stimmt doch. Ja, aber ich will nicht, dass er... genau danach lebt. Alle für einen. Achso, na klar. Ja, da ist was dran. Wir sind hier nämlich kein Fonds für Resozialisierungsmaßnahmen von ehemaligen Strafgefangenen. Und erst recht nicht für Typen, die wehrlose Frauen schlagen. Wolltest du mir nicht einen Kaffee machen? Na ja, jedenfalls bist du hier nicht erwünscht, solange die Sache nicht geklärt ist. Aber das lässt sich ja vielleicht bald ändern. Das mit dem Knobel gestern, das tut mir leid. Nee, du hast ja völlig recht. Also viel mehr sieht man wirklich noch nicht. Aber wenn du das nach der Geburt auch noch sagst, ne? Dann kriegst du Ärger. Ich werde mich wüten. Na? Wie war's? Hat das Essen geschmeckt? Nicht so, wie du es dir erhofft hast. Was soll ich mit denn erhofft haben? Tja. Das frage ich mich auch. Tschüss, Paul. Hallo, ich wollte gehen. Hallo, dringend. Guten Tag, Herr Brandner. Können wir gleich los? Ich komme nach, okay? Warum? Frag nicht. Okay. Hier, für dich. Was soll das? Das sieht aus wie eine Handy-Rechnung. Ich meine, die schwachsinnige Idee mit dem Essen. Paul? Unterlass es bitte mich zu Maß regeln, ja? Susanne kann auch nichts dafür, dass Elisabeth jetzt mit Johannes von Lahnstein zusammen ist. Wieso schießt du immer wieder gegen Karl? Als Elisabeth dich verlassen hat, war Susanne immer für dich da. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht, dich unterstützt. Und du? Arne, du machst dich fertig mit solchen Aktionen. Und das Schlimme ist, du merkst es nicht mal. Warum interessierst du dich plötzlich für Bernd von Beinbach? Ich finde ihn halt nett. Hey, pass doch auf! Weißt du, was ich nett finde? Und deine nächste Freundin auch immer so was Edles tragen würde? Schon überall gesucht. Wenn du einfach mal ein bisschen mehr Ordnung schaffen würdest. Stürz euch. Nein, überhaupt nicht. Wenn du willst, können wir auch tauschen. Ich nehme dein Zimmer und du schläfst hier. Ich meine es ernst, Olivia. Ich auch. Und du räumst heute die Wohnung auf. Tip top, inklusive Bad. Und dann suchst du dir einen Job. Und eine Wohnung. Haben wir uns verstanden? Ich kenne eure Wechselkurse im Knast ja nicht. Aber ist dir eigentlich klar, was uns 200 Euro bedeuten? Sag mal, ist dieser Typ eigentlich zwanghaft paranoid? Ist doch krank, dass er immer wieder mit dem Thema anfängt. Weil wir unser Geld wiederhaben wollen, Junge. Ich hab's aber nicht zum hundertsten Mal. Sag mal, wollt ihr euch vielleicht noch mal prügeln? So kommen wir wirklich nicht weiter. Ja, wenn Christian das Geld einfach mal wieder zurückkriegt... Wie wär's uns denn mal überlegen würden, der wirklich die Kohle geklaut hat? Willst du mir etwa damit unterstellen, dass ich mir das... Nein! Aber denk doch mal zwei Sekunden nach. Na, macht's endlich. Klick. Hi. Na, wie war dein Tag? Wie man's nimmt. Was hast du denn gemacht? Halb so schlimm. Hauptsache, mein Kopf funktioniert noch. Halb so schlimm? Das ist ein Hämatom wie aus dem Lehrbuch. Wie ist denn das passiert? Tja, brauchst dich gar nicht zu verstecken. Sagen wir es mal so. Ich bin zwischen die Fronten gekommen. Du hast dich mit Andi geprügelt? Wundert dich das? So ein Ex-Knacki hat doch seine ganz eigenen Regeln. Meine Rede. Und was die 200 Euro angeht. Ich habe schon eine Idee, wie wir herausfinden können, wer die Kohle wirklich gezockt hat. Aber dazu müssen sich die beiden mal für einen Moment wie zwei ganz normale Menschen aufhören. Hier, das hat dich ganz schön vermisst. Anrufe im Minutentakt. Siehst du, ich bin eben sehr begehrt. Sag das meinem Vater. Ist er dir über den Weg gelaufen? Ach, der hat sich so blöd angestellt, da hatte ich keine Lust mehr, mit ihm zu reden. Fertig. Einschließlich Badewanne und Waschbecken? Einschließlich Badewanne und Waschbecken. Siehst du, ist doch gar nicht so schwer, sich in unser WG-Leben einzufügen. Dass ihr euch nicht meine Putze leisten könnt. Wieso? Wir haben doch eine. Ausbeuter. Onkel. Die hat ja richtig Respekt vor dir. Tja, mit meiner Nichte muss man Klartext reden, sonst macht die, was sie will. Schön, wenn sowas funktioniert. Das könnte es zwischen deinem Vater und dir auch. Sag ihm doch einfach, dass du das mit dem Essen nicht witzig fannest. Und dass es dich sehr getroffen hat, dass er eure Ehe einfach nicht akzeptiert. Ich wette, dass es sich dann in Zukunft zurückhält. Wie krass. Ja, aber zu keinem ein Wort über die Schwangerschaft. Nein, Quatsch, aber das wird lustig. Für meinen Großvater aber eher nicht. Hast du noch was vor? Ja, Anne müsste gleich von der Schule kommen. Kuscheln auf dem Sofa, verliebte Blicke, romantisches Gesabbel. Ja, das könnte durchaus passieren. Zum Glück habe ich das hinter mir. Stimmt, du stehst ja jetzt eher auf Voodoo. Lisa, komm zurück zu mir. Lisa ist abgehakt. Wenn ich mir eine Frau klar machen will, dann mache ich das. In Düsseldorf gibt es nur wirklich genug. Stimmt. Du bist ja der Aufreißer vom Herrn. Ich beweise es dir. Die nächste Frau, die hier reinkommt, mache ich klar. Mhm, hoffentlich kommt die Aselmeier. Hallo, Gregor. Olivia. Und da, die schreit doch für mich. Konstantin, nimm mich. Wo willst du denn hin? Ins Blue Ice zu den 120 ungespülten Gläsern, die da auf mich warten. Ich schaue nachher auch mal vorbei und helfe euch. Liebes Tagebuch. Heute hat Bernd beschlossen, uns im Blue Ice zu helfen. Liebe Jana, was soll denn das? Ich helfe euch doch, wo ich kann. Also über die Definition von helfen müssen wir noch mal sprechen. Ja, dann tschüss, ihr beiden. Und schließ die Kasse vor diesem Typen weg. Besser ist das. Andi, jetzt hör endlich auf mit dem schwachsinnigen Unterstellungen. Ihr kennt doch meine Meinung. Die ist auch völlig richtig. Hilfst du mir, die Platten runterzubringen? Ja, sicher. Und Coco, warte doch mal bitte kurz. Ich wollte mit dir über die Haushaltskasse sprechen. Über die Haushaltskasse? Ja, genau. Jana, Nico und ich, wir haben bereits für die nächsten Wochen da eingezahlt. Und mittlerweile dürften da 500 Euro drin sein. Cool. Dann können wir ja bald wieder richtig fett einkaufen. Ja, aber ich will nicht, dass dieser Christian wieder das Geld klaut. Das könnte natürlich passieren. Mein Gott. Wenn du es ihm wirklich zutraust, dann versteck es halt. Das ist überhaupt die Idee. Ja. 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 Wie wäre es denn auf dem Schrank? Im Koffer. Coco, du bist so genial. Und du paranoid. Danke, Bauarbeiter. Manchmal bist du richtig klasse. Susanne. Hallo. Entschuldige bitte. Wieder mal. Ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Soll ich dir darauf jetzt antworten? Das hat dein Sohn Paul schon getan. Paul? Ach, dieser unverschämte Bengel. Aber leider hat er recht. Du hast die letzten Wochen so viel für mich getan und ich... Ich sehe einfach nicht mehr, was ich durch mein Verhalten anrichte. Also, ich verspreche dir hoch und heilig, ich werde mich in deine Beziehung nicht mehr einmischen. Und wie lange hält der Vorsatz diesmal? Ich möchte doch, dass du glücklich bist. Mit Carla. Und jetzt bekommt ihr auch das Kind. Und das sagst du nicht einfach nur so? Das muss erst mal ankommen. Susanne? Ja? Darf ich dir noch etwas sagen? Ja, klar. Lars Schneider ist wirklich ein netter Kerl. Ich finde nach wie vor, dass ihr großartig zusammen passen würdet. Ja, ich bin da mal ein Stockwerk höher. Seid bitte nicht zu laut. Und übrigens, dein starrer Blick, der kommt bei Frauen nicht immer gut an. Doch, deine Nichte hat gesagt, dass Getränke und Salat auf dich gehen. Dieses kleine Biest. Olivia, was soll denn das schon wieder? Was denn? Ich suche mir einen Job. Warum soll ich deine Rechnung bezahlen? Ich habe geputzt. Du bist Anwalt. Sei doch nicht so geizig. Hast du was gefunden? Wir sind total verrückt. Nur 15 Euro die Stunde. Was erwartest du? 25. Mindestens. Schließlich bringe ich auch eine Menge mit. Was? Eine abgebrochene Hotelfachlehre und eine Riesenklappe. An was hat Madame denn so gedacht? Irgendwas mit Menschen. Was Cooles in der Mode oder so. Ich muss los. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Hi. Darf ich? Oh, mir aus. Willst du auf dem Job suchen? Steht eh nur Müll drin. Ja, für sowas braucht man Kontakte. Und die hast du natürlich. Zu Lahnstein Holding zum Beispiel. Kennst du da den Hausmeister? Ja, den auch. Ich bin... Weißt du, ich habe heute noch sehr viel zu tun. Also such dir einfach ein anderes Kind, ein Mädchen. Aber danke für die Cola. Sesam, öffn dich. Man ist ja bescheuert. Wer? Andi. Hi, Gregor. Machst du mir ein Bier? Klar. Na, Brüderchen? Na? Alles klar? Mhm. Wie wär's mit ein bisschen Pukernachhilfe? Super, ich habe Karten mit. Okay, dann noch das erste Theorie. Sag mal, der Typ da drin, ist das nicht... Der Graf. Ansgar von Lahnstein, ja. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ist der Stemmgast hier? Ja, genauso wie sein Bruder. Sein Bruder? Konstantin. Der Loppenkopf. Das ist Konstantin von Lahnstein? Ja. Man sagt, er ist einer der begehrtesten und reichsten Junggesellen Düsseldorf. Was? Hey Kinder, das ist doch alles Missverständnis. Ich wollte gerade meinen Anteil in die Haushaltskasse stecken. Die Stromrechnung ist bald fällig und... Und da das Geld immer auf dem Schrank im Koffer versteckt ist... Ja, Coco, ich habe es vorhin mitbekommen. Hey, jetzt... Moment mal, ihr denkt doch jetzt nicht, ich hätte das Geld aus der Clubkasse geklaut. Du hast das Geld aus der Clubkasse geklaut. Nein, wirklich nicht. Na ja, mein Gott, also gut, ich habe das Geld genommen. Ja, aber nur, wenn mir ein blöder Fehler passiert ist, ich werde erpresst. So, jetzt wisst ihr das. Tolle Story. Und alle haben mich verdächtigt. Ich habe mich mit Andi geprügelt und Coco hat jetzt ein blaues Auge. Ja, ja, ich weiß, es tut mir leid. Du bist so ein mieses Schwan. Es reicht jetzt. Wir rufen die Polizei. Andi, übernimmst du das? Hey, das könnt ihr doch nicht machen. Ich gebe euch das Geld zurück. Sobald ich flüssig bin, ich verspreche es... Warte, ich habe eine bessere Idee. Christian soll entscheiden, was passiert. Bitte? Dich hat Bernd verdächtigt und... du hattest den meisten Stress. Also sollst du auch entscheiden, ob wir die Polizei rufen. Dich hat die Polizei rufen. Badore, bee suppose ich werde ... Dich hat die Polizei rufen. Bich 서� Tour defenders betrungen müssen immer wieder deutausl Antr gorst. böden 4-3-3-3-4-3-4- Snap-Test. Und ...